ja sei gegrüßt zu einem neuen video hier zu evoland 2 ich weiß ich habe öfter mal zwei vergessen aber dieses komplette spiel was ihr oben in der infocard sehen können also die playlist ist komplett alles evoland 2 auch wenn ich mal gesagt habe ja sehr gegrüßt zu evoland es ist trotzdem evoland 2 und ja also wir haben uns jetzt hier durch den wald geschlagen durch den wald geschlagen ja im wahrsten seines wortes alle unkraut was wir hier gefunden haben aber natürlich nicht alles wir haben zu spät rausgekriegt dass wir hier die komischen ich denke mal die augen blumen augen pflanzen oder was weiß ich die hier halt mit feuer rumspucken ich gehe mal voraus dass die feuer ist was sollte denn sonst sein ja dass man die halt auch irgendwie entfernen kann so was ist das jetzt nicht schon wieder irgend so ein viel welches schwanz hat ich weiß nicht sieht auch den endgegner ich vertraue mich aber nicht es ist ein dämon ich denke mal wir reden erst mal mit dem nicht umsonst ist hier ein speicherpunkt also muss man mit dem kämpfen weiter kommen wir auch nicht und ich wir müssen hier oben lang weiter so wie aussieht da kommen wir natürlich nicht weiter weil er im weg steht kommt er macht ja gar nichts ich rede mal mit ihm ihr seid also die eindringlinge die sich in meinen wald wagen gewagt haben sorry dieser weil gehört den könig der von dämonia auch wenn er in der nähe an der hatten ganz andere stimme gehabt wie sie gar nicht mehr auch wenn er in der nähe des kaiserreichs liegt ist er unsere vier menschen dem was wieder der andere ok menschen dämonen ihr seid doch alle gleich was er denn für ein typ naja sich wegen einer linie auf einer karte umzubringen nun das hier ist mein wald weil ich und meine geisterfreunde hier leben diese geister sind eure freunde aber ja doch sie unterhalten mich wann immer ich danach wann immer mir danach ist das hört sich eher nach dienen als nach echten freunden an echte freunde was wisst ihr denn schon davon menschen wenn ihr menschen euch für so etwas besonderes haltet dann findet meine geister ihr werdet nicht durch diesen wald kommen ohne sie zu schnappen achte war eine lache glaube ich ne hahaha ok gut war wahrscheinlich besser oder ihr müsst noch acht weitere finden der arme hüter er weiß gar nicht was es heißt freunde zu haben ich muss sagen dieser ort behagt mir gar nicht diese art und weise wie er redet na gut ok wir sollen also ja logischerweise grabsteine suchen haben wir schon ein paar gefunden aber da ist irgendwie nichts passiert so wie genau hier unten der hier zum beispiel da ist nämlich ein geist acht müssen wir noch finden und dann können wir die sechs müssen wir finden hä standen gerade was von acht die haben schon drei von sechs gefunden ok dann los den haben wir schon stimmt den haben wir ja schon gehabt dann sind wir gestorben ich muss erst mal hier unkraut jägen das macht ihr denn hilfe zum glück sind die schnell dauern ja ich auch obwohl es geht doch immer so viel der mensch machen wir gar nicht nur wenn die halt alle zusammen angreifen also nämlich halt 20 auf einmal treffen denn es vorbei dann ist alles erledigt gut die haben wir entfernt hier drüben waren noch ganz viele ja gut drei von sechs haben wir drei müssen wir noch hier ist einer glaube ich weiß nicht genau ah nee ah hier muss wahrscheinlich müssen wir den äh irgendwie ein code rauskriegen das soll hier nicht weiterkommen ich gehe erstmal nach oben hier ist noch mal speichern zack leben wieder aufgefüllt waldrand oh ich weiß nicht ob wir hier weiterkommen jetzt aber das hört sich an wie so eine geist lache weißt du ja deswegen gehe ich davon aus dass hier auch ein geist ist aber irgendwie taucht er hier nicht auf dann gehen wir mal woanders hin wir haben glaube ich noch mehr Grabstände gefunden irgendwo welches Geister beinhalten da müssen wir glaube ich zurückgehen nochmal oh guck mal hier wo kommt er denn her haben wir den nicht schon gekillt gehabt ich weiß gar nicht ich glaube schon wir sind ja hier schon mal lang ok hier haben wir einen Geist kaputt gemacht halt ok da wohnt halt kein Geist da wohnt halt ein Zombie der ist noch nicht ganz gestorben irgendwie na gut wo haben wir denn zum Schluss drauf geschlagen ich glaube den linken hatten wir gehabt ne ok hier wohnt nur ein Geist ich weiß gar nicht dass Glibber auch die äh Rücken überqueren können sind wir hier falsch? kann das sein? ach guck mal hier nach links kam wir ja noch ne da war ja auch glaube ich irgendwer Grabstellen misiert wir waren auf Geister ich werde die Sache ähm ja mal einen Augenschein nehmen so dann geht's nach oben dann geht's nach links da sind wir wieder dann geht's nach links hier ist ein Aua hat da ein Aua so hier müssen wir einfach bloß die Wege finden damit wir hier überhaupt durchkommen hier sieht aus wie links aber auch nicht ach guck mal die spucken wieder hä ja wir kommen da nicht hin hä hauptsache ja genau komm lass mir Ruhe ich bin etwas verwirrt hä ich will da runter kam er da nicht runter irgendwie? die sind doch auch schon da gewesen oder nicht? komm mal weiter geht's gar nicht geht's weder ist alles abgesperrt hier also wir kommen halt hier nicht weg ne? äh nach links rüber ach komm mal hier geht's nach oben alles klar und dann nach links junge junge okay und hier geht's irgendwo auch weiter nach oben so wie das aussieht nicht also gehen wir mal nach unten und dann sind wir hier alles klar sehr schön der ist zerstört der ist auch zerstört nach links kommen wir nicht da sind halt böse Bäume und da geht der Bildschirm gar nicht weiter und dann kommen wir nämlich hier auch raus sehr schön hier ist auch ein Geist da ist er aua also müssen wir halt äh ja killen haben wir vier von sechs sehr schön und wo geht's weiter? hier geht's gar nicht mehr weiter ne? ich glaube das war's müssen wir so weit zurück wegen die ganzen Grabsteine oder was? okay hier geht's nirgendswo weiter müssen wir also den Weg wieder zurücknehmen dann ist das hier abgeschlossen jetzt ne? aber hier geht's auch nicht weiter nach oben halt auch nicht hier geht's auch nicht nach oben weiter oh Junge oh man gut äh ja muss ich jetzt hier runter kommen ich weiß aber jetzt nicht wo ach hier genau so nein so nicht nach unten nach unten hä? hey hallo haben wir's? haben wir's? sehr schön okay mehr haben wir hier nicht die Grabsteine die war ja nichts mehr ich kann ja den hier nochmal antippen tippen aber passiert nichts hier nach oben geht's ja auch nicht auch wenn's irgendwie so aussieht ne? Geister suchen Geister suchen hier war nichts weiter hier kann ich nochmal Gemüse klein machen Geld sammeln so und ach wir haben ja ja okay den haben wir weg ich glaube das war auch einer davon wir müssen glaube ich doch so weit zurück ne? das speichern ja weiß ich nicht speichern oder nicht? ich glaube da war noch mehr und zwar hier auf dieser Seite na komm und den hier genau komm 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 so achso hier Gemüse ist weg Gemüse muss wechseln könnte Gold enthalten aber in dem Fall war's nicht so äh ich glaube das haben wir auch von der anderen Seite gesehen hab mich gefragt wie ich da hinkomme oder? ja guck mal da ist er da steht er nämlich hab ich den beim letzten Mal nicht schon gesehen? und hab mir gedacht oh du ist bestimmt der Endgegner vorher sind wir hier durchgekommen weißt du und jetzt steht da so immer alle Pflanzen die wachsen die wachsen wie Unkraut man wie Unkraut na komm dass er sich nicht immer da hin dreht ne? ach guck mal hier oben können wir ach okay wegen Leben und so alles ich wollte den nicht speichern weil der mir das Leben voll macht und dann kann ich halt da nicht mal zurück um schnell mal mich wieder aufzuladen weißt du deswegen wollte ich nicht unbedingt auf den Speicherpunkt treten aber so wie es aussieht ist es egal kommen wir hier irgendwie durch das wäre nämlich ganz nice aber die können wir nicht aber die können wir nicht öh? okay cool da ist was frei wir haben was frei gemacht wo wir aber nicht hinkommen Schild wir kommen hier gar nicht durch das ist ja noch ein Speicherpunkt aber das ist ja hier bei dem anderen Typen da bei dem Wächter wenn wir hier runter gehen dann kommen wir hier wieder raus hier ist ja der Eingang oder nicht? wo sollen wir denn sonst noch Geister finden? komm wieder rennen spukweit 4 von 6 haben wir alles klar hier ist Gemüse dann gehen wir ja wir müssen halt erstmal nach links weiter guck mal da ist doch noch ein Stein aber wir kommen da nicht hin das ist das Problem man Gemüse äh Untoter oh ein Erfolg freigeschaltet doppeltippen alles klar okay der hängt hier auch wieder rum ja wir sind rausgegangen deswegen hat sich das alles so ein bisschen äh gesättet oder hier können wir wahrscheinlich noch irgendwo ne sind wir so aus wie Nebel und so da können wir dann halt sagen aber irgendwie ist es doch nicht so ne ne hier bin ich schon verspürt doch hier komm ne doch nicht verdammt ich dachte man ey mach mir doch nicht so eine Hoffnung doppeltippen wie der knopf einfach geprägt wird die so okay dann haben wir ja gemüse haben wir eigentlich schon tausendmal geerntet hier kommt noch einer raus ne sieht man gleich und ja weiter geht es hier nicht ich denke aber man soll ja auch gar nicht weiter ja komm mal von da kommen wir von der seite also unten kommen von unten und da müssen wir einmal rum gehen also muss man irgendwo noch irgendwelche versteckten geheime gänge oder was irgendwie so was finden noch aber ist hier irgendwie nicht drin ne ich dachte hier wo der Nebel ist geht es aber geht nicht und hier geht es auch nicht hier nach oben auch nicht da ist der speicherpunkt da kommen wir halt ja man kommt hier halt durch ne sieht man ich speichere mal doch so sicherheitshalber aber weiter allerdings komme ich halt leider nicht raus können wir irgendwie warte mal ich versuche das mal mit ihr die ollen pflanzen hier irgendwie zerstören also ist es überhaupt möglich einfach nur damit ich weiß ob es geht ne geht nicht dann geh ich mal wieder rüber irgendwas muss doch hier funktionieren man wir wollen rüber zu dem ollen wasser aber ich komme da nicht hin also der stein der im wasser ist aber wir können doch selber im wasser gar nicht äh rein so ok da gucke wir sammeln nur erfahrungspunkte ohne ende hier ne oder warte mal können wir ich probiere mal alles aus hier man muss ja irgendwo weiter kommen aber die bäume kriegen wir halt nicht weg die mit den augen haben wir ja auch schon probiert kriegen wir auch nicht weg kann ja mal kurz gucken vielleicht ist das ja irgendwie doch möglich weiß es nicht aber so gut aussieht nicht ok dann können wir das auch schon mal ausschließen und hier links waren wir schon da geht es nicht weiter glaube ich jedenfalls da ist noch so ein hier kann man nicht man auch nicht wir haben ja nicht alles abgesucht hier ne obwohl wir nach oben kommen die ja da kommen halt bloß zombies raus keine geister mehr immer so wie der hier wir können einfach mal nochmal aufprobieren das macht den kaputt so gut der ist auch nicht 990 schon ok und der geist ist da der ist weg für immer der hat seine ewige ruhe gefunden hier kommen wir auch nicht weiter hier haben wir noch hier haben wir noch ja gut Gemüse kommt aus dem Boden und wandelt umher da geht es nicht hoch hier auch nicht da haben wir noch ein point ein save point hier geht es nicht weiter da auch nicht und oben werden wir bloß verarscht von dem ollen geist ne der da überhaupt nicht auftaucht super und nun sollen wir die steine irgendwie verprügeln ich hab probiert mal oder kaputt machen genau so geht es nicht vielleicht mit ihm kleinen moment der muss erst aufladen und dann geht es weiter so jetzt ok probier es mal wer geht es ja mach niemals nie nein geht nicht ok denn geht es auch nicht irgendwie geheim dann mäßig irgendwie weg oder so ne ich probiere alles also ne ich will ja irgendwie weiterkommen vielleicht sehe ich es einfach nicht was hier überhaupt abgeht wo wir überhaupt weiterkommen ne lachst du noch mal ne ne ok so gut aussieht kommen wir hier halt nicht weiter oder warte mal dieser ist gestrückt der sieht so unnebelig aus ne alles so eingenebelt lustig nicht und dieser bereich hier ist einfach dieser bereich der ist einfach so offen ja die alten tanz und blumen sind denke ich mal nur dekoration ich gehe noch mal weiter runter so irgendwo müssen wir weiter kommen hier ist auf jeden Fall der waldrand oben so hier geht es nicht weiter ich habe es versucht so und hier haben wir wieder monster jede menge komm her komm her ja noch ein level ab wieder damage wie schnell man hier einfach mal aufleveln würde es sind nicht zu viel hm hier geht es auch nicht weg auch nicht hier geht es auch nicht weg rein und oder durch wahrscheinlich sind die pflanzen auch wieder da ich habe es gewusst darf man die als pflanzen bezeichnen ich weiß nicht hier haben wir noch so ein aber hier war ja auch nichts weiter ne wir kamen hier nirgendwo durch oder so aber da unten müssen wir hin glaube ich wartet da unten hm da oben glaube ich waren wir auch schon na hier geht es gar nichts hier also hier geht überhaupt nichts hier sieht so aus als wenn man da durchkommt ja einfach nur weil da so ein größerer Spalt ist aber dem ist nicht so ähm ich lass ihn mal hier in die mitte oh hat funktioniert siehst du wohl siehst du wohl das klappt ja ich muss hier trotzdem alle irgendwie ok ich muss tatsächlich alle gleichzeitig tippen na go alter ey der warst mich voll oh ja schön jetzt mal hier gerne Unkräuter ich kümmere mich doch nur um den Gartenmann oh ich bin gleich tot verdammt oh ok muss ich fortfahren ich muss fortfahren ok dann machen wir die ganze Sache nochmal also wir wissen jetzt wie es geht wie es weiterkommt ach ne nicht mehr unten das war ein Versehen aber ich nehme hier Unkraut mit vielen dank vielen dank für die Hilfe ich greife mich an eine Armee aus untoten Geschöpfen oh wieder voll überzogen aber jetzt müssen wir wenigstens auch weiterkommen ich weiß nicht ob es ist aber nur ein geist und dann müssen wir noch einen finden und der ist halt in dem Wasser aber wir kommen da halt hier rein ne vielleicht machen wir jetzt den gleichen Weg freifahren halt hier komm her komm her komm her und auch was war jetzt so hey hey geh mal weg so dann stelle ich mich da an den Steinen ja und denn schönen Dank fürs Zusehen ne wir sehen uns dann na nochmal wir sehen uns oder wir hören uns in der nächsten Folge wieder wenn wir weiter Evoland spielen alles klar bis dahin ciao euer Jutsu